Willkommen bei Tenorshare. iOS 18 ist bald verfügbar. Jetzt ist iOS 18 RC veröffentlicht, die letzte Beta-Version. Wenn es in dieser iOS 18 Beta keine Fehler mehr gibt, ist dies das offizielle iOS 18. Du kannst also diese Version herunterladen, um die neuen Funktionen zu testen. Ich benutze iOS 18 Beta jetzt schon eine Weile und in diesem Video zeige ich dir, was du vor der Aktualisierung beachten musst. iOS 18 wird am 16. September, dem Montag nach dem Event 2024, veröffentlicht. Auf welche neuen Features freust du dich am meisten? Zum Beispiel das Apple Intelligentsystem. Diese Funktion wird im Oktober aktualisiert. Aber leider wird diese Funktion in Deutschland erst ab 2028 unterstützt. Jetzt werde ich zeigen, was vor dem Upgrade auf iOS 18 zu tun ist. Tipp 1 iPhone vor dem Upgrade sichern. iOS 18 ist zwar stabiler als die Beta-Version, aber es besteht immer noch die Möglichkeit, dass es aufgrund von instabilen Netzwerken hängen bleibt und deine Daten gelöscht werden können. Deshalb müssen wir die iPhone-Daten sichern. Gehe zu den Einstellungen und zur Apple ID. Tippe auf iCloud. Aktiviere im Backup dieses iPhone erstellen und tippe dann auf Backup jetzt erstellen. Wenn du nicht genug iCloud-Speicher hast, kannst du mit iTunes oder dem Finder ein Backup auf PC oder Mac erstellen. Starte iTunes und klicke auf Backup jetzt erstellen. Es ist jedoch nicht möglich, den Speicherort des Backups anzupassen. Wenn das Systemlaufwerk fast voll ist, muss das Backup vielleicht auf einem anderen Laufwerk erstellt werden. Daher empfehle ich euch, iCareFone zu verwenden. iCareFone ist ein Apple-Datenmanagement-Tool zum Übertragen, Sichern und Wiederherstellen von Gerätedaten. Du kannst jede Festplatte auswählen, um die Daten zu sichern. Außerdem kann es dein iPhone-Backup erkennen und die doppelten Fotos scannen, was eine Menge Speicherplatz auf deinem iPhone spart. Klicke auf den Link, um iCareFone herunterzuladen. Nach der Installation von iCareFone kannst du das iPhone an den PC anschließen und dann auf Sichern und Wiederherstellen gehen und auf Sichern klicken. Sie können die Daten auswählen, die sie sichern möchten, wie Kontakte, Fotos und Nachrichten, dann auf Bearbeiten klicken, den gewünschten Speicherort festlegen und abschließend auf Sichern klicken. Jetzt beginnt iCareFone mit dem Sichern der Daten. Sobald das Backup fertig ist, klicke auf Backup Daten anzeigen und du kannst alle Daten hier einsehen. Klicke auf Wiederherstellen. Es ist wirklich einfach zu verwenden. Okay, lass uns zum nächsten Tipp übergehen. Tipp 2. iPhone hat genügend Speicherplatz. Gehe zu Allgemein und iPhone-Speicher. Ich empfehle dir, mindestens 10 GB für die Installation von iOS 18 vorzubereiten. Wenn der Speicherplatz nicht genügt, kannst du die nicht verwendeten Apps und Dateien löschen. Tipp 3. Laden während des Updates. Stelle sicher, dass das iPhone während des iOS 18 Updates aufgeladen ist oder mindestens 60% Akkustand hat. Tipp 4. Überprüfe WLAN. Eine schlechte WiFi-Verbindung kann dazu führen, dass das iOS 18 Update nicht durchgeführt werden kann oder das System beschädigt wird. Stelle also sicher, dass du über eine stabile und schnelle WiFi-Verbindung verwendest. Im letzten Teil zeige ich euch, welche Modelle das iOS 18 unterstützen können. Wenn dein iPhone-Modell nicht in der Liste steht, bedeutet das, dass dein iPhone nicht auf iOS 18 aktualisiert werden kann. Okay, das war alles für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und besonders über ein Abo.